Ja, Sie werden sich erinnern können, wir sind ziemlich weit fortgeschritten im Kapitel Exogene Dynamik, sedimentäre Gesteine und wir waren bis zum Punkt 5 inzwischen schon vorgedrungen, haben uns hier schon befasst mit den geologischen Prozessen und der Gesteinsbildung im Meer, das ist unser Thema und 5.0 war behandelt, 5.1 ist das Kapitel, in das wir eingetreten sind, das wir auch schon etwas ausführlicher behandelt haben beim letzten Mal und auf dieser Übersicht, die auch das Skript vom letzten Mal ja als Titelblatt hatte, da sind die Einzelpunkte nochmal aufgeführt, wir haben also von 5.1 uns mit Erosion und Prozessen an Steilküsten, an Felsküsten kurz befasst, wo klassisches Material im Wesentlichen durch Erosionsprozesse, durch Verwitterungsprozesse zur Verfügung gestellt wird und haben uns dann mit Flachküsten befasst und mit Sedimentation auf dem Schelf, insbesondere in der Hinsicht, wie diese klassischen Partikel wieder abgelagert werden. Wir haben uns also damit befasst, wie im Meer Konglomerate, sprich Kiessedimente, wie Sande, feine, grobe Sande und wie auch Schlemme etwas untergeordnet entstehen können. Das sind Dinge, die Sie zum Teil ja von eigenen Beobachtungen, etwa an der Nordsee, wenn Sie dort mal waren, ja auch selber kennen. Jetzt sehen Sie in dem Aspekt Flachküsten und Schälfe gibt es auch noch zwei weitere Punkte und zwar die Genese von biogenen und chemischen Sedimenten. Ich denke, dass das jetzt auch ungefähr koordiniert ist mit den Übungen, denn dort bei den Übungen von Frau Gröning werden Sie sich mit diesen Sedimenten auch schon befasst haben oder in dieser Woche noch befassen. Sie werden solche Sedimente in die Hand bekommen und ich denke, ich kann ganz gut anknüpfen an Dinge, die Sie kennen oder aber an Dinge dann auf Dinge hinweisen, die dann noch behandelt werden in diesen Stunden. Es soll zunächst jetzt um biogene und dann um chemische Sedimente gehen und wenn nachher noch Zeit ist, werden wir auch noch in die tieferen Gewässer, in die Tiefsee noch ein wenig abtauchen. Ja, biogene Sedimente ist das Ganze überschrieben. Das biogene Sediment schlechthin, das also durch Lebenstätigkeiten zustande kommt, ist natürlich die Kohle. Ich denke, das ist Ihnen allen geläufig. Sie alle wissen, was Kohlen sind aus fossilen Torfmooren, großen Mengen von Pflanzenmaterial über verschiedene Inkohlungsschritte, wie man das nennt, hervorgegangenes Material, was wir in Form von Braunkohle oder Steinkohle bis hin zu Anthrazit verbrennen und nach wie vor einen sehr großen wirtschaftlichen Wert darstellt. Dazu gibt es eigene Veranstaltungen. Wir werden dieses Thema Kohle hier nicht speziell ansprechen. In der Veranstaltung Einführung Geowissenschaften 2 im nächsten Semester gibt es zumindest eine Doppelstunde zu diesem Thema. Biogene Sedimente sind zum Beispiel auch phosphorhaltige Sedimente. Das wird Sie vielleicht etwas wundern, aber Phosphor ist ein chemisches Element, das im biologischen Kreislauf eine ziemliche Rolle spielt. Etwa für die Düngerherstellung und bei der Verwendung von Dünger spielt Phosphor eine große Rolle. Das ist ein wichtiges, neben dem Kalium, ein wichtiges Düngerelement. Phosphor gibt es zum Beispiel angereichert in Exkrementen von Vögeln. Das wird Ihnen merkwürdig vorkommen, aber wenn Sie das Wort Guano mal gehört haben, dann könnte es bei dem einen oder anderen vielleicht klingeln. Guano nennt man mit einem südamerikanischen, einem chilenischen Wort die großen Mengen von abgelagerten Vogelexkrementen von tausenden von Jahren, vielen Metern Mächtigkeiten, die in einigen Bereichen der chilenischen Küste abgebaut werden und wo die Vorräte langsam zu Ende gehen. Wenn Sie in einem Blumenhandel mal nach Guano-Dünger fragen, werden Sie sehen, das ist ein teurer Dünger und da geht es vor allem um den Phosphorgehalt und hier werden die Vorräte so langsam zu Ende gehen. Ich habe einen Kollegen gefragt, der sich in der Geochemie ein bisschen auskennt und auch in Lagerstätten fragen, der sagt, es könnte sein, dass wir vielleicht mal ein Phosphorproblem bekommen. Es gibt auch fossilen Phosphor in Form von Knollen in manchen Schwarzsedimenten, aber da sind die Lagerstätten auch nicht so, wie man sie gerne hätte. Das nur als Beispiel für ein weiteres biogenes Sediment. Dann wissen Sie zum Beispiel, dass es Planktonorganismen gibt, also inaktiv im Wasser treibende und von den Strömungen verdriftete Organismen, vielfach sehr kleine Einzeller und manche von denen haben Haarteile, kieselige oder kalkige Haarteile, die an den Grund sinken können eines Gewässers, des Meeres zum Beispiel und sich dort anhäufen können. Kieselgur gehört zum Beispiel dazu. Das könnten Sie vielleicht als Begriff mal gehört haben, gerade wenn Sie aus dem Raum Hannover, Lüneburg sind, denn dort gibt es oder gab es Kieselgurgruben, in denen man die Gur abgebaut hat. Das ist ein feinkörniges, tonigartiges Material, was aus kieseligen Organismenresten besteht, aus Kieselalgenresten und das ist ein wichtiges Filtermaterial, wird auch heute noch für viele technische Zwecke verwendet. Nur als weiteres Beispiel für biogene Sedimente. Die Hauptgruppe von biogenen Sedimenten, die wir hier aber vor allen Dingen jetzt thematisieren wollen, sind diejenigen, bei denen es um Kalksteine geht. Kalk als Material, Calciumcarbonat, auch Dolomit, Calcium, Magnesiumcarbonat ist ein sehr, sehr wichtiges Gestein, eine wichtige Gesteinsgruppe, die wir in den Übungen deswegen ja auch besprechen und biogene Sedimente sind vor allen Dingen Kalksteine, die wir dann jetzt gleich im Folgenden etwas näher besprechen werden. Ich erinnere noch an eines. Es gibt Faulschlämme, wie sie etwa in Klärgruben und in Klärwerken anfallen und wie sie sich auch in manchen Seen und am Grund mancher Meere, im Schwarzen Meer zum Beispiel, in großen Mengen bilden. Das Schwarze Meer hat zwar nicht seinen Namen von den Schwarzen Schlemmen, aber es gibt im Schwarzen Meer unter 200 Meter Tiefe eine Sauerstoffminimumzone, dort fehlt der Sauerstoff und dort wird organisches Material nicht abgebaut, dort bilden sich Faulschlämme, sogenannte Sapropele. Der Begriff ist bei Seesedimenten hier in der Vorlesung schon mal gefallen. Auch das wären biogene Sedimente. Aber wie gesagt, ich möchte in erster Linie Calciumcarbonat-Gesteine besprechen, CaCO3-Gesteine und dabei nehmen wir die Dolomite ein wenig mit. Sie wissen, im Dolomite wird ein Teil des Calciums in diesem Kristallgitter ersetzt durch Magnesium. In verschiedenen Proportionen kann das geschehen, das kann stoichiometrisch sein, das kann auch variabel sein. Wir fassen das generell als Karbonate zusammen mit den verschiedenen Mineralen, die dazugehören. Und Sie kennen solche Anreicherungen in Form von Muschelschill zum Beispiel oder wenn Sie von Muschelbänken, Austernbänken mal gehört haben. Und natürlich ganz prominent etwa die großen biogenen Riffe, die wir heute weltweit in den Tropen finden. Das große Barriere-Riff für Australien ist das bekannteste. Es gibt die karibischen Riffe, es gibt die Riffe im Pazifik, es gibt eine ganze Reihe solcher großer Riffkomplexe und die möchte ich hier gerne schwerpunktmäßig etwas thematisieren. Wir werden also dieses ein wenig anschauen, weil Riffe sind sehr prominent, sie sind sehr charakteristisch, was ihren Aufbau anbetrifft. Sie gibt es durch lange Zeiten der Erdgeschichte. Es ist also ein spannendes Thema, was mit Karbonatbildung zu tun hat und darauf möchte ich ein wenig eingehen. Ich zeige Ihnen vielleicht mal zur Einstimmung und ich hat ja gesagt, ich wollte es Ihnen ein bisschen warm ums Herz machen, zeige Ihnen bald zur Einstimmung ein Bild von einer Insel, wie Sie leicht sehen werden. Und das ist die Insel Bora Bora, in manch einem Schlager besungen. Gilt bei vielen als die schönste Insel der Welt. Das ist natürlich sehr subjektiv, wer in Helgoland lebt oder auf Rügen, der wird das etwas anders sehen oder wer gerade Brite ist, wird das erst recht differenziert sehen, aber sagen wir mal so, es ist jedenfalls nicht die hässlichste aller Inseln. Mitten im Pazifik gelegen, gehört zu französisch Polynesien in der Nähe von Tahiti, da klingt schon was an, denke ich, in manch einem Öhrchen von Ihnen. Wassertemperaturen selten unter 25 Grad, passt als Kontrast ganz gut in die Jahreszeit rein. Ein erloschener, tief erodierter Vulkan. Entscheidend aber bei dieser Insel für den Moment hier bei unserer Vorlesung ist dieser Saum, den Sie hier sehen, von hellen Farben des flachen Meeres, die so hell eben hier heraus treten und sich von den dunklen Farben unterscheiden und dann sehen Sie hier diese weiße Kante, das ist offenbar die Brandungszone. Hier ist also ein Flachwasserbereich vorhanden und das ist ein Korallenriff. Das Wort Riff bezeichnet ja im Deutschen und in der Seefahrt generell Untiefen, also flache Stellen im Meer, die potenziell der Seefahrt gefährlich werden können. Das kann Sand oder Fels sein, je nachdem, aber im geologischen Sinne versteht man unter Riffen fast immer biogene Riffe und zwar vielfach solche, überwiegend solche, die aus Korallen hauptsächlich aufgebaut werden. Es sind auch andere Organismen beteiligt und in der Erdgeschichte sind es zum Teil auch ganz andere Organismen gewesen, die diese Riffe aufgebaut haben, aber heute und während der großen Zeit, der längsten Zeit des Phanerozoikums, also mindestens so seit den letzten 400, 450 Millionen Jahren, sind es Korallen in der evolutiven Entwicklung, die sie durchgemacht haben, in verschiedenen Korallentypen, die dieses Biotop-Riff aufbauen. Und hier eben ein Riff, das eine Insel säumt, ein sogenanntes Saumriff. Es gibt mehrere Rifftypen, Saumriff gehört mit dazu, das ist also ein sehr typischer Bereich. Neben uns Menschen, die wir Städte bauen können und damit unsere eigene Umwelt schaffen, sind Korallen, so etwas akzentuiert vielleicht gesagt, die einzigen Lebewesen, die ihren eigenen Lebensraum erst schaffen. Alle anderen Lebewesen nutzen den Lebensraum, den sie finden, können den ein wenig beeinflussen, aber Korallen, wie wir Menschen in Städten schaffen, diesen Lebensraum erst, denn sie bauen ja Kolonien, die aufeinander aufgetürmt sind und leben komplett in diesem Lebensraum. Und insofern eine besondere Organismengruppe, die in einigen geologischen Zeiträumen enorme Mengen von Karbonatmaterial aufhäufen kann. Und ich hatte Ihnen ja eingangs dieses Kapitels exogene Dynamik schon ein bisschen erläutert, wie die Zusammenhänge zwischen der Calciumcarbonatbindung in Riffen ist und dem Calciumcarbonat, was im Meerwasser gelöst ist und dem CO2 in der Atmosphäre, dass das also ein ganz wichtiges Element ist im CO2-Kreislauf und in der auch Klimawirksamkeit von CO2. Denn je mehr CO2 im Wasser oder in der Atmosphäre gebunden ist, kann aber auch umso mehr in Riffen gebunden werden, wenn man denn die Riffe, die Organismen leben lässt. Das ist also eines der Probleme, die wir heute als Menschen verursachen, indem wir den Lebensraumriff durchaus gefährden. Vorab eine Bemerkung. Sie gehen normalerweise ja davon aus, dass Riffe in irgendeiner Weise nach oben aufwachsen. Solche Riffe haben die Bezeichnung Bioherm. Bio aus dem Griechischen für Leben. Herma, griechisch heißt Stein. Das sind also hoch aufwachsende Riffe. Das australische Barriere-Riff gehört dazu. Es gibt aber auch Riffe, die eher flach ausgebildet sind, die eher ausgedehnt sind und nicht so sehr weit hoch wachsen. Sowas nennt man Biostrom. Sollte gelegentlich nachher mal der ein oder andere Begriff von mir fallen, haben Sie das zumindest mal gehört. Stroma, so viel wie Gewebe, Gefüge, gebautes Material. Die beiden Hauptgrifftypen, die Dinge gehen, also von der reinen Geometrie her, die Begriffe gehen ineinander über. Das ist nicht scharf voneinander abgetrennt. Vielleicht noch einen Moment, bevor wir dann ins Wasser reingehen und uns die Riffe unter Wasser ansehen und vom Gestein her ansehen. Noch ein solches Bild, das wird vielen auch geläufig sein. Ah, kommt leider etwas dunkel raus. Manche Riffe sind ringförmig, ist auf diesem Bild auch, denke ich, einigermaßen erkennbar. Sie sehen hier einen Inselsaum, ringförmig, der zum Teil begrünt ist und drin eine in hellen Farben gehaltene Lagune, außenrum das dunkle Wasser des tieferen Meeres. So etwas nennt man Atoll. Das ist ein Atollriff, ein Wort, das aus dem Polynesischen kommt, aus dem Pazifikraum kommt und eben Insel bedeutet. Und diese ringförmigen Inseln, diese hier ist so vielleicht zwei, drei Kilometer im Durchmesser, die können bis über 100 Kilometer im Durchmesser werden. Viele von denen sind berühmt geworden oder berüchtigt durch Atombomben-Experimente in den 50er und 60er Jahren. Angeblich soll ja die Erfindung des Bikinis auch auf ein Atoll zurückgehen, aber das überlasse ich mal Ihrer Fantasie. Das sind die Atollriffen. Sie sehen, Riffe können sehr viele verschiedene Formen einnehmen und sehr viel verschieden aussehen. Wenn wir Riffe anschauen, dann bringen wir die normalerweise so aus Filmen immer mit solchen Bildern in Verbindung. Typische Riffe, wie hier zum Beispiel dargestellt, sind immer sehr reizvoll für Taucher wegen der bunten Vielfalt, zum Teil verglichen mit der Artenvielfalt im Regenwald. Das passt nicht so ganz, aber trotzdem, es ist schon eine sehr große Artenvielfalt und es wird gerne abgehoben auf die vielen bunten Fischchen. Die sind natürlich sehr wichtig, gehören auch zu diesem Ökosystem, aber fossil sehen wir von denen in Riffen praktisch überhaupt nichts. Was hier mehr so im Hintergrund dunkel dreut oder hier im Vordergrund auch mal hell erscheint, die Korallen, die können zum Teil auch bunt sein, verbunden mit einer ganzen Reihe weiterer sessiler, also festsitzender Lebewesen. Das ist eigentlich das, was die Hauptmasse ausmacht und wie die Organismen, die den Lebensraum schaffen, heute hauptsächlich Korallen in Verbindung vor allem mit Kalkalgen, mit bestimmten Algen. Das sind die Riffe. Riffe kennen wir vor allen Dingen aus dem warmen tropischen Flachwasser, maximal so bis etwa 50, 60 Meter Tiefe, weil die Korallenorganismen leben in Verbindung mit einer Algenart, die sie in ihre Zellen einbauen, den sogenannten Zooxantellen, wollen wir jetzt hier nicht weiter besprechen und die sind auf Photosynthese angewiesen, es ist eine Art Symbiose und deswegen sind die meisten dieser typischen Korallenriffe in der in der Photischen Zone des Meeres zu finden, also dort, wo noch ausreichend Licht herrscht. Wir wissen seit einigen Jahren durch Tiefsee-Expeditionen, dass es auch unter 200 Meter, 300 Meter bis zu 400 Meter Tiefe im Meer noch Riffe gibt in relativ kaltem Wasser. Selbst vor Norwegen hat man solche Riffe gefunden, das sind die Kalk-Kaltwasser-Riffe auch mit Korallen, die ohne diese Symbiose mit speziellen Algen auskommen. Das ist also der Grund, weshalb Korallen dieses flache Wasser bevorzugen und nicht in große Wassertiefen gehen. Dass es Karbonate auch in sehr viel größeren Wassertiefen gibt, hängt mit der Planktonentwicklung zusammen, die mit Riffen zunächst nichts zu tun hat, dazu später noch ein bisschen mehr. Das heißt also geologisch gesehen und was das Gestein anbetrifft, Karbonate interessieren uns die Fische hier wenig, sondern wir schauen uns eher das an, was dahinter steckt und das wollen wir auch etwas tun. Bevor wir aber da weiter präzisieren, ich habe das Wort Schaum, Saumriff ja gebraucht. Hier eine schematische Darstellung, die Sie auch in Ihren Unterlagen finden, das war praktisch das Beispiel Bora Bora, ein Saumriff, das wie ein Saum an einem Kleidungsstück eine Insel umgibt oder eine Küstenlinie begleitet. Das muss keine Insel sein, das kann auch ein Festlandsbereich sein, etwa in Mittelamerika ist das der Fall, durchaus möglich. Wenn sich dieses Riff ein wenig absetzt von der Küste und eine größere Lagune freilässt oder auch ein paar Kilometer oder auch viele Kilometer von der Küste abgesetzt ist, aber durchaus noch auf einem Sockelfuß, der mit dieser Küste zusammenhängt, dann spricht man auch von Wallriff, die wie eine Wallanlage eine mittelalterliche Stadt umgibt oder aber eben wie im Falle von Australien von Barriere-Riff, die dann Barrieren bilden für die Seefahrt, wo man da nicht so leicht die Küste erreicht und eben auch Gefahren für die Seefahrt darstellen können. Ja und die Atolle wie hier, das wäre dann der Fall, dass wir nur noch eine Lagune haben als zentralen Bereich. Diese Atolle sind häufig rund, die können aber auch längliche, ovale Formen, etwas unregelmäßige Formen haben. Schon Darwin auf seiner berühmten Reise im 19. Jahrhundert mit der Beagle hatte sich Gedanken darüber gemacht und hat ein Modell entwickelt, ein gedankliches Modell, wie diese Atolle wohl entstanden sein mögen. Er hatte nämlich gesehen, am Beispiel auch von Bora Bora und anderen Inseln, dass solche Riffentwicklungen häufig mit Saumriffen beginnt, dass wenn der Vulkan weiter erodiert wird und langsam kleiner wird, langsam verschwindet, sich dieses Riff sozusagen selbstständig macht und von der Küste ablöst und dass in einem Endstadium, wenn der Vulkan abgetragen ist und der Untergrund sich immer weiter abgesenkt hat, dann schließlich ein Atollriff entsteht. Da ist auch tatsächlich was dran. Diese alte These, das Modell von Darwin hat sich bewährt, auch wurde 2009 in Meeresexpeditionen wieder entdeckt. 2009 war ja ein Darwin-Jahr, ist also mehrfach eindrucksvoll bestätigt worden, dass das offenbar funktioniert. Das Absinken des Meeresbodens hat damit zu tun, dass an mittelozeanischen Rücken gebildete basaltische Krüste, die gerne Inseln bildet, im Laufe der Zeit abkühlt. Das Abkühlen bedingt eine größere Dichte und eine größere Dichte bedingt ein höheres Gewicht und damit ein Absinken in den Untergrund. Also ältere ozeanische Krüste neben der Erosion neigt dazu abzusinken. Das ist der Grund, weshalb die Inseln auch versinken, hat also mit Meeresspiegelsteigerungsprozessen, Anstiegsprozessen zunächst mal nichts zu tun. Das nur am Rande zur Einführung, zum Überblick über diese Riffe. Und die wollen wir uns nun aus geologischer Sicht etwas näher ansehen und auch die Gesteine ein wenig thematisieren. Schauen wir uns mal ein fossiles Riff, das recht prominent ist, an, wie sowas heute aussieht. Wir könnten das auch im Harz tun, denn gleichalte Riffe finden sich an mehreren Stellen im Harz auch, aber die Aufschlussverhältnisse sind bekanntlich nicht so gut, zumindest nicht dort, wo sie allgemein zugänglich sind. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Geht so einigermaßen, denke ich. Wir sind hier in Australien, in Nordwest-Australien, in der Napier-Range, in einem Sedimentbecken, das man Canning-Basing nennt. Napier-Range könnten Sie vielleicht mal gehört haben, so von Perth aus, ich denke, so drei, vier Stunden Fahrt so etwa ist man dort. Und hier ist an einem Flusslauf, den Sie hier unten sehen, eine Felswand angeschnitten mit diesen bräunlichen Verwitterungsfarben, mit diesem trockenen, wechseltrocknen, wechselfeuchten Klima. Und man kann hier erkennen, diese Gesteine, die aus Karbonat bestehen, aus Kalkstein bestehen, sind offenbar geschichtet. Hier links im Bild ist das ganz offensichtlich, auch hier rechts kann man das erkennen, hier ist die Schichtung nicht mehr ganz so deutlich und ist merkwürdig irgendwie so schräg orientiert, etwas ungleichmäßig irgendwie schräg orientiert. Und hier in der Mitte kann man Schichtung kaum recht erkennen, hier hat man so senkrechte Klüfte oder was immer das sein mag, das ist so ein bisschen diffus. Dieser Aufschluss ist einer der spektakulärsten in fossilen Riffen, die wir kennen. Diese Gesteine, die Kalksteine gehören in das Devon, gleich alt mit den Kalksteinen hier im Harz, am Winterberg zum Beispiel, bei Bad Grund oder in den Kalkbergen bei Elbingerode, Rübeland, dort sind ebenfalls devonische Gesteine gleichen Alters zu finden, die in großen Kalksteinbrüchen dort abgebaut werden. Alter so um 380 Millionen Jahre, um mal eine geschätzte Zahl zu geben, Devon, also Erdaltertum, das sind fossile Korallenriffe mit etwas anderen Korallenorganismen und noch anderen Organismen dazu, die diese Riffe aufgebaut haben. Aber das Ökosystem Riff bestand zu dieser Zeit schon mindestens 100 oder 120 Millionen Jahre lang. Die Natur hat also schon recht früh in der Erdgeschichte dieses Biotop, diese Art von Ökotop, kann man ja auch sagen, erfunden. Was bedeuten nun diese verschiedenen Schichtungstypen? Da, wo man hier diffus kaum etwas im Zentrum erkennen kann, kann man erkennen, wenn man näher rangeht, dass hier Korallen offenbar aufeinander gewachsen sind und andere Organismen. Dass wir praktisch ein auf heute überkommenes Riff haben, das konserviert wurde, im Originalzustand, natürlich fossil geworden. Das wäre der Bereich, in dem das Riff hauptsächlich gewachsen ist. Man nennt das auch Riffkern, im Englischen Reef Core genannt. Das ist der Riffkern, das aktive Riff. Das aktive Riff ist von Wellen, vor allem bei Stürmen, stark erodiert worden. Das Riff erneuert sich ja immer wieder, es entsteht immer wieder jede Menge Riffschutt. Korallen werden abgebrochen, auch Tiere tragen dazu bei, aber hauptsächlich sind es Sturmereignisse, die das Riff erodieren. Das Riff ist dem angepasst. Korallen wachsen ja relativ rasch wieder nach, wenn man sie lässt. Und in den Bereich zum offenen Meer hin wird dieses lockere Material ins tiefere Meer runterrollen und eine Art Halde bilden, eine Schutthalde. Und diese Schutthalden- Sedimentation, diese Schutthalden-Schichtung, das sind diese schrägen Linien, die wir hier sehen, so mit 30, 35 Grad natürliche Haldenneigung, natürliche Hangneigung. Das ist also der Bereich, der vor dem Riff lag, wo es dann in größere Tiefen runtergeht, die Schutthalde des aktiven Riffs. Und Sie sehen, das nimmt von der Masse her weitaus mehr Material ein oder bildet weitaus mehr Material als das eigentliche Riff selbst. So ist das hier in unseren Harzer Riffen auch. Auch die sind im Wesentlichen in Form ihres Riffschutts erhalten. Diesen Bereich vor dem Riff vorgelagert, nennt man auch Vorriff oder englisch eben der Vor-Riff-Bereich, den der Schutt abgelagert wurde. Grobkörniger Schutt, der auch zeitweise mal wieder besiedelt werden kann durch Organismen, die diesen Bedingungen standhalten können. Der geschützte Bereich hinter dem Riff, also die Lagune, der Rückriff-Bereich, wie das auch heißt, Bergreef im Englischen, ist durch ganz ruhige oder relativ ruhige Sedimentation gekennzeichnet, was man hier in Form dieser Horizontalschichtung sieht. Diese Kalksteine sind feinkörnig. Es gibt dort auch mal das Aufwachsen eines kleinen Fleckenriffs vielleicht. Wenn Sie mal selber in den Tropen gewesen sind, in einem Riffbereich Gelegenheit haben, mal zu schwimmen, Sie werden dort sehen, es sind ruhige Bedingungen, Touristen lieben das. Man liegt dort auf weißem Sand und wenn man dort ein bisschen taucht und schnorchelt, kann man immer wieder diese kleinen Fleckenriffe sehen und man kann sich vorstellen, dass dort tatsächlich feinkörniges, sandiges, auch zum Teil feinkalkschlammiges Material abgelagert wird, was später diese ruhige Sedimentation, diese Parallelschichtung bewirkt. Das sind also die drei Hauptzonen eines Riffs, die man hier praktisch eins zu eins perfekt sehen kann. Wirkt so, als hätte man hier bei einer Badewanne den Stöpsel gezogen oder das Meerwasser abgelassen. Das Riff ist also so präsentiert und auch heute noch erhalten, wie das ursprünglich mal war. Bei uns, wie gesagt, ist das in ähnlicher Weise der Fall, allerdings nicht so schön aufgeschlossen wie an diesem Flussufer hier. Deswegen ist die Napier Range so berühmt. Von diesen und vielen Beobachtungen abgeleitet und auch an heutigen Riffen festgemacht, hat man dann das typische Riffmodell in sehr vereinfachter Form. Sieht das so dargestellt aus, die verschiedenen Bereiche eines Riffs, die man kennen sollte, wo sich dann auch verschiedene Arten von Kalksteinen bilden, die Sie ja kennenlernen in den Übungen. Im Riffkern haben wir es vor allen Dingen zu tun mit festsitzenden Korallen, die sich überwuchern in Kombination mit anderen Lebewesen. Da kommen auch Zweiklapper vor, Muscheln zum Beispiel und andere Zweiklapper. Da können Algen vorkommen, Grünalgen und andere Algen. Rotalgen kommen davor und verschiedene andere Organismen. Hydrozoen, also Organismen wie Seeanemonen zum Beispiel, die allerdings kaum Haarteile haben. Auch Seelilien kommen dort vor, die sehr zart sind. Es gibt also eine ganze Reihe von Organismen, die hier zur Karbonatbildung beitragen. Riffe sind enorm große Karbonatfabriken und damit CO2-Verbraucher. CO2-Sinks, wie das ja auf Neudeutsch heißt, also CO2 senken, wo CO2 dem System entzogen wird. An der Riffkante, an der Rifffront ist natürlich die Wellenaktivität besonders stark. Hier ist die Erosion sehr stark. Auf der Riffplatte ist sie etwas geringer. Bereiche, in denen man immer wieder mal Touristen herumspazieren sieht und dabei die Korallen zertrampeln, soll man alles nicht machen, aber wir machen leider vieles, was sinnlos ist. Der Riffschutz sammelt sich im Vorriffbereich und es gibt dann einen Übergang in feinkörnige Beckensedimente in größeren Meerestiefen. Im Pazifik geht es dann ja sehr schnell runter auf Tiefen von mehreren tausend Metern. Die Lagunen sind einige Meter normalerweise tief, 10, 15, 20 Meter wäre schon eine Menge. Auch hier gelegentlich fleckenhaftes Auftreten von Riffen, ansonsten feinkörnige Sedimente. Hier gibt es eine geringe Wellentätigkeit, höchstens bei starken Hurricanes, bei sehr starken Meeresspiegelanstiegen in kurzer Zeit, etwa durch Wellentätigkeit, kann hier mal auch heftigere Aktivität sein, aber normalerweise ist die Sedimentation hier ruhig. Insofern lieben wir Touristen es, als Touristen uns dort aufzuhalten, wie in einer Badewanne zu schwimmen. Wenn Sie so Filme wie Blaue Lagune mit Brooke Shields, Legende meiner Jugend der 80er Jahre sehen, gibt es heute auch noch, schrecklich kitschig, aber es zeigt ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Dann haben Sie eine Vorstellung davon. The Beach, richtig, das ist vielleicht so ein bisschen Ihre Generation mit Leonardo DiCaprio, geht auch ein bisschen in die Richtung. Ja, Riffgesteine, wenn wir sie anschauen, sowas bekommen Sie auch in den Übungen ja zu sehen, sehen dann folgendermaßen aus, wie hier auf dieser etwas vergrößerten Aufnahme, da ist einfach mal eine Gesteinsplatte aus einem devonischen Riff angeschnitten, angesägt worden, poliert worden und fotografiert worden. Breite, Bildbreite vielleicht so etwa 15 Zentimeter, 12-15 Zentimeter Höhe, dementsprechend so etwa 6 bis 8 Zentimeter, also so wie eine Kachel ungefähr, muss man sich das vorstellen, eine kleine Kachel. Und Sie können nun erkennen, diese verschiedenen Grauflecken, die Sie hier sehen, das sind verschiedene Riff bildende Organismen und die stecken dort noch in ihrer Lebensstellung und sind praktisch in Kopfschnitten, also horizontal angeschnitten. Diese Lage nennt man auch in situ. Das ist ein Begriff aus dem Lateinischen. In situ heißt an Ort und Stelle, Begriff, den Sie auch außerhalb der Geologie ja immer wieder mal hören. In situ sagen zum Beispiel auch Archäologen und manche Techniker. Also dieses Gestein wäre praktisch aus einem in situ Punkt entnommen und die Korallen sind noch so, wie sie mal aufgewachsen sind, sind also nicht untereinander erodiert worden und umgelagert worden. Ja und an einigen Querschnitten, wie etwa hier, zwei zusammengewachsene Korallen, das sehen Sie sehr schön. Sie sehen diese radialstrahligen Rippen, die man nach außen, nach außen gehen. Das nennt man bei Korallensepten, die Korallensepten. Viele moderne Korallen zeigen das auch. Sie haben solche weißen Korallen sicherlich gesehen. Oder auch hier im Längsschnitt sieht so etwas aus. Das sind typische Korallen. Auch das hier wäre so etwas in dieser Richtung. Auch hier zum Beispiel der Kern von dieser Knolle hier, das wäre ein Korallenorganismus. Also einzelne Kolonien, einzelne Organismen von Korallen. Dann gibt es hier in diesem Bild eine Menge von solchen rundlichen Körpern, die irgendwie so wie komische Gewebe aussehen. Man kann fast so einzelne Zellen erkennen, auch hier. Das ist so ein bisschen diffus, wirkt ganz deutlich. Das sind Reste, Überreste von ebenfalls kaltbildenden, aber inzwischen ausgestorbenen Organismen. Die heißen Stromatoporen. Müssen Sie sich nicht merken, nur da wir die hier gerade sehen, schreibe ich das mal auf. Stromatoporen waren im Erdaltertum Begleiter der urtümlichen Korallen und waren sehr stark beteiligt am Aufbau der Riffe. Die sind dann aber noch im Devon ausgestorben und die späteren Riffe vom Carbon an und im Erdmittelalter bis heute sind ohne Stromatoporen entwickelt worden. Sie sehen, die Evolution bringt auch immer wieder Neues hervor und lässt auch Gruppen verschwinden. Ansonsten findet man hier einige Überkrustungen durch Algen und auch einiges, das kann man hier ganz gut erkennen an den Exemplaren hier in der Mitte, das sind Schalenreste von Zweiklappern, von muschelähnlichen Zweiklappern, die Brachiopoden heißen, müssen Sie sich auch nicht merken, die hier mit dazu beitragen, aber untergeordnet sind. Und das dunkle Material, was jetzt hier dazwischen steckt, das ist alter Kalkschlamm, der fest geworden ist. Das ist die Matrix dieses Sedimentes, denn zwischen den einzelnen Korallenstämmen oder Korallenästen und Zweigen war ja Hohlraum, der ausgefüllt wurde. Das ist feingeriebenes, Gebrösel feingeriebener Sand mit ein bisschen reliktischem organischen Material. Ich kann auch darauf hinweisen, dass vielfach Restporosität in diesen Riffen übrig bleibt. Nicht wenige Korallenriffe sind heute sehr wertvolle Erdölspeicher. Zum Beispiel der größte Erdölspeicher in Mexiko, die größte Erdölagerstätte, das Golden Lane Riff, Faja de Oro auf Spanisch an der Golf von Mexiko Küste, ist ein solches Atollriff aus der Kreidezeit und mit einer großen Restporosität, wo sich Erdöl sammeln konnte. Also wenn Riffe, fossile Riffe angebohrt werden, dann sind die Erdölleute immer ganz nervös, weil sie hoffen können, hier interessante Lagerstätten, zwar begrenzt von der Ausdehnung, aber sehr gute Lagerstätten zu finden. Übrigens auch unser Riff im Iberg war mal ein solcher Erdölspeicher, das weiß man, wenn man heute noch Reste von Bitumen in manchen Poren findet, aber leider ist das Erdöl lange weg. Das ist zu alt, auch erodiert und zu weit aufgeheizt, aber man kann zeigen, dass es auch in der Vergangenheit schon so war, dass sich hier Erdöl gesammelt hat. Deswegen weise ich auf Riffe an der Stelle sehr gerne hin, weil ich weiß, dass viele von Ihnen an Erdöl und Erdgas besonders interessiert sind. Diese Skizze habe ich auch in Ihre Unterlagen reingegeben, das ist mehr so eine Lernskizze, die muss ich gar nicht im Einzelnen erläutern. Sie haben hier nochmal etwas anderer Darstellung, einen Schnitt durch ein klassisches Riff und verschiedene andere Riffformen und ich weise nur auf diese Tabelle unten hin oder diese Grafik hier, das ist eine verkürzte Version der Dunham-Nomenklatur, die Sie in den Übungen vorgeführt bekommen. Ich will mal fragen, haben Sie die schon gesehen, haben Sie das schon besprochen in den Übungen? Dann müsste das heute oder in der nächsten Woche kommen. Will ich dann im Moment auch nicht weiter vorgreifen. Das ist eine Nomenklatur wie die Petit John-Nomenklatur, die Sie von den klassischen Gesteinen kennen, wo man anhand von strukturellen Merkmalen, auch Korngrößenmerkmalen, Korallen oder besser gesagt Kalksteine allgemein unterscheidet. Es gibt einmal die klassischen Kalksteine, die aus verschiedenen Bruchstücken verschiedener Größe bestehen und nach den Proportionen gibt man denen verschiedene Gesteinsnamen und eben die Kalksteine, die in situ aufwachsen, wie wir sie gerade besprochen haben, die bilden eine eigene Gruppe. Das führt aber hier zu weit, Sie werden das in den Übungen sehen und bekommen diese einzelnen Gesteine auch in die Hand und können die sich dort erläutern lassen. Nehmen Sie diese Grafik aber mal mit dazu, ist zum Lernen und zum Nachhalten auch im Zusammenhang mit den Übungen dann hier für diesen Vorlesungsstoff, denke ich nicht. Uninteressant für Sie. Ja, das sind die Riffe. Vielleicht das prominenteste Ökotop, in dem Karbonate gebildet werden. Ich hatte schon angedeutet, dass es auch andere Karbonatbildungsmechanismen und andere Räume gibt. Ich will einen davon zumindest noch erwähnen, der erdgeschichtlich eine noch größere Bedeutung hat als die Riffe. Die Riffe sind schon sehr bedeutsam, aber Sie sollten nicht vergessen, wir haben heute oder wir leben heute wahrscheinlich in einer Zwischeneiszeit. Das heißt in einer Phase zwar relativ warmen Klimas, aber gegenüber dem Normalklima von etwa 90 Prozent oder 80 Prozent der Zeit der Erdgeschichte in einer relativ kalten Klimaphase, die mit Vereisungen vor etwa zweieinhalb Millionen Jahren begonnen hat, aber die Klimaabkühlung ist schon etliche Millionen Jahre davor, wahrscheinlich schon vor 20 Millionen Jahren davor schon geschehen. Das Klima kühlt sich also ab, wir leben in einer Zwischeneiszeit. Das bedeutet, viel Wasser ist in Form von Eis gebunden. Das bedeutet, der Meeresspiegel ist relativ niedrig und die Schälfe, die wir heute haben, die Schelfgebiete, sind relativ schmal. Je niedriger der Meeresspiegel ist, desto weniger breit sind die Schelfe. Wenn der Meeresspiegel ansteigt, Beispiel Deutschland, alles Eis verschwindet, wird ganz Norddeutschland geflutet bis an den Mittelgebirgsrand, dann wird Goslar zur Hafenstadt. Habe ich an anderer Stelle schon einmal gesagt, denn ganz Norddeutschland liegt weitgehend ja bestenfalls 50, 60, 70, 80 oder 100, 120 Meter über dem Meeresspiegel. Das würde also zu einer Überflutung reichen. Damit würden wir eine riesige Vergrößerung der Schelffläche bekommen, die heute ja nur die Nordsee einnimmt. Es würden also weite Teile Nordpolens, Norddeutschlands, Frankreich, Belgien und so weiter überflutet werden. Wir hätten ein riesig vergrößertes Schelfgebiet, setzt voraus, das Eis schmilzt ab und das Klima wird wärmer. Das heißt, in der erdgeschichtlichen Vergangenheit, wo es auf der Erde weitgehend oder über längere Zeit wärmeres Klima gab als heute, in dieser Zeit war das Klima nicht nur wärmer und damit günstiger für die Karbonatbildung, sondern auch die Schelfgebiete waren breiter. Es gab sehr viel mehr Raum, um Karbonat zu bilden. Etwa die weißen Felsen von Rügen, diese Gesteine, diese weißen Schreibkreide-Materialien haben sich abgelagert in einem sehr, sehr ausgedehnten Flachmeer, in einem Schelfmeer, in einem wesentlich wärmeren Klima in der Kreidezeit, als eben wie schon mal, wie gerade angedeutet, das Meer bis an die Mittelgewirksschwelle herangeragt ist. Damals waren diese Kalkablagerungen möglich, heute völlig undenkbar unter damals quasi tropischen Verhältnissen. Es gibt einige wenige Regionen auf der Erde, wo solche weiten Schelfe auch heute noch vorhanden sind, trotz des relativ niedrigen Meeresspiegels und die bekannteste und am besten untersuchte Region, das sind die Bahama-Inseln, die vor der Küste von Florida liegen, zwischen Florida und Kuba, ozeanwärts vorgelagert. Sie liegen auf dem Schelf, einem etwas gegliederten und zergliederten Rumpfstück des nordamerikanischen Kontinentes. Streng genommen gehört auch noch die Halbinsel Florida zu dieser Karbonatplattform mit dazu, mit den Everglades. Das wäre sozusagen die landfeste Seite dieses Schelfgebietes, aber die Bahama-Inseln selber, bei der man auch von einer Plattform spricht, die Bahama-Plattform, geologisch gesprochen, geomorphologisch gesprochen, ist ein solches ausgedehntes Schelfgebiet. Die Bahamas umfassen einige hundert Inseln, ich glaube so um die 300, ich glaube ein gutes Dutzend oder 20 von denen sind besiedelt. Viele davon sind nur kleine Kies oder Kios, wie das auf Spanisch heißt, kleine herausragende Untiefen, wo ein paar Palmen draufstehen, das ist sehr hübsch, aber man kann dort auf Dauer nicht leben, nicht mal als Robinson. Die größte Insel ist Andros Island, die Andros-Insel. Es gibt eine ganze Reihe anderer, New Providence, da liegt die Hauptstadt Nassau und dann Exuma, Long Island, Cat Island und diese ganzen Inselchen, wie sie sich hier so in der schönen blauen tropischen See erstrecken. Das ist nicht die Karibik, obwohl die Bahamas gern dazugerechnet werden, die liegt ganz woanders, sondern wir sind hier im westlichen Atlantik vor Florida, aber trotzdem in einem randtropischen Gebiet unter tropischen Verhältnissen. Generelle Wassertiefen maximal einige Zehner Meter und das über eine große Fläche ausgedehnt. Sie sehen hier den Maßstab, das ist auch nur ein Teil der Bahama-Plattform, der hier dargestellt ist. Es geht also um etliche hundert Quadratkilometer Größenordnung eines größeren deutschen Bundeslandes, um das mal so als Proportion mitzuteilen. Hier sind jetzt mit Signaturen, farblichen und anderen Signaturen, verschiedene Faziestypen, wenn man so will, verschiedene Situationen dargestellt, auch verschiedene Sedimente. Zunächst einmal diese blass-rosa erscheinenden Flächen, das sind die Inselgebiete, die also landfest sind und alles andere ist, Meeresfläche ist vom Meer bedeckt. Es gibt einige tiefere Gebiete, wie hier oder zum Beispiel hier, Tongue of the Ocean, Exuma Sound, wo auch größere Wassertiefen von einigen Zehnern bis zum Teil einigen hundert Metern erreicht werden. Der ganze Rest ist eine flache Plattform, wie so eine Art Tafelberg von wenigen Metern, maximal 10, 15 Metern Wassertiefe. Eigentliche Riffe, also Korallenriffe, gibt es nur eingeschränkt. Und zwar sind das diese so dunkelrötlich erscheinenden Säume hier vor dieser Insel, hier gibt es so ein Flecken, hier gibt es so ein paar Flecken, das ist Riff. Alles andere, was mit Signaturen versehen ist, das sind ebenfalls Karbonatbildungen, aber eben auf diesem flachen, schelfartigen Bereich und das sind zum Teil Kalksande, also bröseliges, zerbröseltes Material. Es ist zum Teil feiner Schlick. Es ist zum Teil Material, was aus Exkrementen von Organismen hervorgegangen ist. Es gibt ja viele Organismen, die Sedimente und andere Tiere fressen. Das machen Fische zum Beispiel, das machen auch Krebse und viele andere Tiere fressen sich gegenseitig und die unverdaulichen Haarteile, die werden hinten wieder ausgestoßen. Man sieht das manchmal, wenn man Fische beobachtet an einem Korallenriff, sieht aus, als wenn da so ein Düsenschweif hinten rauskäme. Der ist also gerade dabei, seinen Darm zu entleeren und der feine, feinkörnige, schlammig, feinsandige Material bleibt übrig. Darauf legen Sie dann hinterher Ihr Handtuch, wenn Sie am Strand auf dem schönen, seißen Sand liegen. Das nur ganz am Rande bemerkt. Also eine Menge biogenes, ursprünglich gebildetes, aber umgelagertes Material und noch andere Materialien gehören mit dazu. Es kommt auf den Bahamas auch gelegentlich spontan zur abiotischen Kalkausfällung. Das sind die berühmten Whiters, wie die heißen. Dann färbt sich das Wasser spontan milchig. In dem Moment wird das Löslichkeitsprodukt für Calciumcarbonat überschritten. Erinnern Sie sich an die Kalklösungs- und Kalkausscheidungsformel, die wir beim Kapitel K besprochen haben. Und dann wird aus dem Meerwasser, das dann kurzfristig übersättigt ist an Karbonat, weißes, mehliges Material, mehlartig Karbonatmaterial ausgeschieden, das sich auch wieder auflösen kann oder aber sedimentiert wird. Dazu kommen übrigens auch noch Dünen an einigen Stellen. Die sogenannten Aeolianite, wie die auf Englisch heißen, Aeolianites, wo dieses biogene Material zu Dünen aufgehäuft wird. Es gibt also jede Menge Karbonatbildung in dieser Plattform hier, die allerdings zum großen Teil mit Riffen nichts zu tun hat. Und sowas kennen wir in der erdgeschichtlichen Vergangenheit eben auch sehr, sehr ausgebreitet. Noch eine Bemerkung, wenn Sie wie ich Fan sind von Unterwasserfilmen, auch gerne mal einen James-Bond-Film sehen. Es sind ja viele James-Bond-Filme mit Unterwasseraufnahmen versehen. James Bond springt mit seiner James-Bond-Rolle oben ins Wasser irgendwo im Mittelmeer zum Beispiel und kommt unten wieder raus, wo dann irgendwie die Action mit Messern zugange ist oder ein Atomoboot ist untergegangen und man hat einen schönen weißen Untergrund. Solche Aufnahmen sind zum großen Teil auf den Bahamas gemacht worden, weil man dort die günstigen Bedingungen hat. Man kommt also wirtschaftlich relativ gut ran. Das Meerwasser ist warm. Es ist meistens im Ablanding-Bereich auch nicht allzu wild an Schönwettertagen. Man hat den weißen Untergrund, was für die Ausleuchtung sehr günstig ist. Da wird also ein bisschen getrickst. Lassen Sie sich nicht irritieren, genießen Sie trotzdem diese Unterwasseraufnahmen von einer Karbonatplattform. Es gibt auch andere Fälle, aber hier auf den Bahamas geht das besonders schön. Denken Sie an James Bond. Ja, um mal ein sehr eindrucksvolles Beispiel zu zeigen, wie die Sedimente fossiler Karbonatplattformen aussehen, nehmen wir dieses Bild hier mal aus den kanadischen Rockies. Wir sind hier in British Columbia und manche der Berge bestehen von oben bis unten aus Hunderten, wenn nicht Tausenden von Schichten, die nahezu horizontal, aber sehr, sehr weit ausgedehnt sind aus Karbonatplattformmaterial. Diese Kalksteine hier in diesem Berg gehören in das Cambrium, haben also ein Alter von 480, 490 bis 500, 520 Millionen Jahren. Also schon vor diesen vielen Millionen Jahren, eine halbe Milliarde Jahre ist das her, gab es schon Karbonatbildungen. Damals noch ohne Korallen, denn Korallen haben sich erst später entwickelt, es waren andere Organismen, aber das System Karbonatplattform mit riesiger Ausdehnung gab es damals schon. Die größte bekannte fossile Karbonatplattform hat sich in der Triaszeit entwickelt und zwar im Mittelmeergebiet in Spanien, in Südspanien beginnend, dann über den Alpenraum, den Balkan hinweg, nach Mittelasien rein, bis in den Himalaya hinein, über mehrere tausend Kilometer in mehreren hundert Metern Mächtigkeit. Das sind die berühmten Trias-Kalke, die auch in den Alpen etwa die nördlichen Kalkalpen bilden oder die Dolomiten bilden. Die gehören zu diesem riesigen System von Karbonat in Karbonatplattform, aber auch mit eingelagerten Riffen praktisch das Modell der Bahamas ins Riesenhafte transformiert und so etwa 230 bis 250 Millionen Jahre alt. Das ist eines der größten Karbonatspeichergesteine, einer der größten Karbonatspeicher, auch CO2-Speicher, den wir auf der Welt haben und Gott sei Dank können wir nicht all dieses Karbonat in Zement werken oder zum Kalk zerbrennen, denn dann würden wir das CO2 wieder in die Atmosphäre entlassen. Das ist nur eine Bemerkung am Rande, wenn Sie im Auto fahren, können Sie das ganz beruhigt tun, wenn Sie am Zementwerk vorbeifahren, geben Sie mal ordentlich Gas, ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, was die da an CO2 ausstoßen, ist schon titanisch. Ja, das soll zu dem Stichwort Riff reichen. Wir werden dann in GO2 noch etwas näher, ein bisschen mehr dazu sagen, Sie werden auch in den Übungen noch ein bisschen mehr dazu hören. Ich will Ihnen mal eine Frage zwischendurch wieder stellen. Eine Frage, die auch mit der aktuellen Klimadiskussion zusammenhängt und mit dem Problem Meeresspiegelanstieg. Es gab ja eine Protestaktion einer ganzen Regierungsfraktion, einer kleinen Insel im Pazifik vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo die eine Kabinettssitzung in Taucheranzügen gemacht haben, um auf das Problem des Absaufens ihrer Inseln hinzuweisen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt und wir als Industrieländer und auch die Schwellenländer nicht mehr dagegen tun. Ja, ich frage Sie aber nun konkret, jetzt überlegen Sie mal ein bisschen. Was geschieht mit einem biogenen Riff, wenn der Meeresspiegel ansteigt? Was geschieht mit einem biogenen Riff, wenn der Meeresspiegel steigt? Korallen wachsen ja. Man könnte annehmen, das Riff wächst aufwärts mit Biohermbildung. Oder aber, das Riff stirbt ab, säuft ab. Oder aber, das Riff baut sich seewärts vor, da ist ja Platz. Das Riff muss ja nicht absaufen, das kann sich ja vorwärts ausdehnen. Oder aber, es verlagert sich zurück. Es wäre also eine Verlagerung, wenn es ein Saumriff wäre, um eine Insel an einem oder an einem Festleinsgürtel auf das Land hin. Dann gibt es eben eine Überflutung des Landes und das Riff wandert in die andere Richtung mit. Was geschieht? Ja, wir können gerne mal wieder eine Abstimmung machen. Mal sehen, ich gebe zu, die Frage ist nicht leicht zu antworten. Beantworten Sie es einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus. Ist vielleicht ja nicht schlecht. Wer ist denn für A? Der möge mal aufzeigen. Ja, mögen so vielleicht 20 Prozent sein. Wer ist für Antwort B? Ja, das ist eine ähnliche Zahl. Ein weiteres Fünftel. Wer meint denn, dass das Riff C sich vorwärts, seewärts baut? Ja, da gibt es nur eine kleine Minderheit. Okay. Und wer meint, dass sich das Riff zurückverlagert? Das wäre dann der Rest. Das ist ja vielleicht sogar ein Drittel ungefähr. Das ist eine typische Frage mit den Antworten, wo es heißt, kommt drauf an. It depends, wie die Engländer sagen oder die Amerikaner. Jede der vier Möglichkeiten ist in dem Fall möglich. Es kommt drauf an. Das Riff wächst so lange aufwärts mit, jetzt ergänzen Sie den Satz, Komma, wenn, solange wie, der Meeresspiegel nur langsam ansteigt und die Korallen mitkommen. Ist doch klar. Die Korallen passen sich dem an. Das Riff ist ja auch, zum Beispiel hier unsere devonischen Riffe sind am Iberg über 700 Meter mächtig und die konnten natürlich nur 700 Meter aufwachsen, weil der Meeresspiegel relativ gesehen angestiegen ist, aber weil der Untergrund sank in dem Fall ab und die Korallen konnten mithalten. Das Riff ist ja nicht abgestorben. Es wächst aufwärts so lange mit, wie der Meeresspiegel langsam geht und die Korallen so mit einem Millimeter im Jahr oder wie die auch wachsen können, da mithalten können. Ja, auch Antwort B logischerweise, das wäre dann die Kehrseite der Medaille, kann zutreffen. Das Riff ertrinkt, es stirbt ab, weil der Meeresspiegelanstieg zu schnell ist. Das heißt, ein ansteigender Meeresspiegel kann sich bei der Karbonatproduktion äußern in einer verstärkten Produktion. Die Fabrik läuft auf Hochtouren oder das ganze Riff ersäuft, Reef Drowning heißt das auch im Englischen und das Riff stirbt ab. Das Riff würde dann in eine größere Wassertiefe geraten, die Photosynthese der Symbionten wäre nicht mehr möglich und das Riff würde absterben. Solange der Meeresspiegel nur sehr langsam steigt und das Riff sich weiterentwickelt, kann es sich ja nur vorbauen. Dass Riffe sich langsam nach vorne vorbauen, ist eigentlich auch typisch, ist ein typischer Prozess. Dass sich Riffe rückverlagern, ist eher unwahrscheinlich, aber bei starken Meeresspiegelanstiegen, die wir später noch kurz besprechen werden, ist auch das im Prinzip möglich. Das Riff kann sich unter Umständen auch festlandswärts bewegen. Wenn sich der ganze Riffgürtel festlandswärts bewegt, wenn also die gesamte australische Insel, der australische Kontinent absaufen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sich auch hunderte von Kilometern landeinwärts von der heutigen Küstenlinie ein neuer Riffgürtel ausbildet. Also es sind, je nachdem, die Antworten A, B, C durchaus möglich und D unter gewissen Einschränkungen auch. Eine schwierig zu beantwortende Frage und deswegen auch so viel Diskussion. Deswegen auch leicht zu sagen, ach nö, mit CO2 könnte sowieso alles nicht beweisen und Klimaänderung interessiert uns nicht. Wir werden es gemeinsam noch erleben, was geschieht. So, das waren die biogenen Sedimente. Das nächste Kapitel umfasst chemische Sedimente oder chemogene Sedimente. Das ist die dritte große genetische Sedimentgruppe oder die dritte Gruppe von Prozessen, die zur Bildung von Gesteinen führt. Klastische Sedimente, biogene Sedimente verschiedener Art und chemische oder chemogene Sedimente. Ich habe Ihnen dieses Bild mal aufgelegt, das nicht so sehr einladend gerade wirkt. Sie können sich an Fotos erinnern, vielleicht vom Ebro-Delta, das ich Ihnen in einer früheren Vorlesung, als es um Deltas ging, mal gezeigt habe. Eine flache Oberfläche mit einigen Mündungsarmen des Flusses und dazwischen ausgedehnte Gebiete von Reisanbau oder was auch immer in einem Delta landwirtschaftlich geschehen mag. Auch wir sind hier im Delta des Ebro an einer vorderen Seite und Sie sehen hier einen Wall, der ist künstlich, könnte auch ein natürlicher Wall sein und dieser Wall grenzt dieses kleine Tümpelgebiet, dieses Seegebiet hier, flacher Tümpel, ab vom offenen Meer. So was nennt man eine Lagune. In dem Fall ist das eine künstliche Lagune, die man angelegt hat zur Salzgewinnung. Hier wird nämlich das berühmte teure Fleur de Sal gewonnen. Das wird dann abgeschöpft, wenn sich hier an der Oberfläche Salz anreichern kann, zum Teil auch sedimentiert. Man kann das Wasser auch abfließen lassen und dann kann man hier Salz gewinnen. Am Rand ist es natürlich nicht so sehr appetitlich. Sie sehen hier lager sich natürlich auch ein bisschen Schlamm ab, Feinsand und Schlick und sowas. Nahezu frei von Lebewesen, nur wenige Spezialisten können ja hier überleben. So entsteht Salz und zwar ist es hier hauptsächlich Steinsalz mit einer kleinen Menge von Gips, die hier auch abgelagert wird, ein ganz klein bisschen Karbonat. Hauptsächlich ist es Steinsalz, NHCL, an dem man interessiert ist, plus einige andere Salze, die dazu gehören, die den feinen, besonderen Geschmack von Fleur de Sal ausmachen. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber Feinschmecker können das angeblich, selbst noch bis in eine Erbsensuppe rein. Mir ist das ein Rätsel, aber am Preis von Fleur de Sal werden Sie das sehen. Wenn Sie es im Geschäft mal sehen. Ja, entscheidend ist hier, das funktioniert im Sommer, wenn es nicht regnet und wenn die Temperaturen hoch sind. Wir brauchen also ein trockenes Klima oder zumindest trockene Jahreszeiten und deswegen bilden sich chemische Sedimente vor allen Dingen in ariden oder semiariden Klimaten durch Verdampfung, durch Verdunstung, durch abiotisches Verdunsten, Verdampfen von Wasser und dementsprechend heißen diese Sedimente auch Evaporite. Durch chemische Prozesse, durch chemische Ausfällung kommen Evaporite zustande, durch Verdampfen des Lösungsmittels und in dem Fall ist das das Wasser. Heute geschieht das, wie gerade schon gesagt, in unserem heutzutage kalten Klima, relativ kalten Klima weltweit, an nur wenigen Stellen natürlich. Das berühmteste Beispiel ist das Tote Meer. Eine Art See, abgegrenzt vom Hauptmeer, hatte mal eine Meeresverbindung, aber heute durch Wasserzufluss und Verdunstung ohne Abfluss in diesem warmen, wüstenhaften Klima kann sich eben hier Salz ausscheiden. Es gibt noch einige andere Buchten, es gibt Salzseen, zum Beispiel in der Türkei gibt es spektakuläre Salzseen, auch in Asien, in China, Lobnor, das sind so berühmte Salzseen. Das gibt es auch heute noch oder der Great Salt Lake in den USA, auch in einem Wüstengebiet gelegen, auch dort kann sich heute gelegentlich noch Salz abscheiden. Aber in geologischer Vergangenheit gab es in Zeiten wesentlich wärmeren Klimas, zumindest lokal und zum Teil wesentlich breiterer Schelfgebiete die groß angelegte Möglichkeit, in großem Stil Salze zu bilden. Und auch Deutschland ist eine berühmte Region dafür, wir haben nämlich in Form der Salze der Zechsteinzeit, der jüngsten Periode des ausgehenden Erdaltertums, mit Altern so über 250 Millionen Jahren, haben wir nämlich eines der bedeutendsten Salzvorkommen weltweit unter unseren Füßen. Hier in Norddeutschland, Stichwort Salzstöcke, muss ich Ihnen nicht erläutern, wenn Sie hier in der Region angesiedelt sind, die natürlich auch andere Eigenheiten mit sich bringen, eben für die Endlagersuche eine Rolle spielen. Diese Salzvorkommen hier in Norddeutschland aus der Zechsteinzeit sind mehrere hundert Meter mächtig, zum Teil bis über tausend Meter Mächtigkeit wird erreicht. Es sind also riesige, riesige Salzmengen und Deutschland ist einer der größten Salzproduzenten weltweit, wobei man weniger am Steinsalz interessiert ist, sondern mehr an den Kalisalzen, den Edelsalzen, weil die eben für die Düngerproduktion und für andere chemische Prozesse gebraucht werden. Das ist Zechstein, etwa im Mittleren Osten, im Iran zum Beispiel, wo es auch große Salzstöcke gibt, sind die Salze aus kambrischer Zeit, man kennt auch präkambrische Salze, man kennt mesozoische Salze in erheblichem Umfang, süddeutsche Salzvorkommen Heilbronn zum Beispiel oder im Alpenraum, das sind meistens Salze aus der Triaszeit. Es gab also immer wieder mal Perioden mit ausgedehnter Verdampfung und sehr großen Salzmächtigkeiten und in unserer heutigen Kaltzeit kann man das sich so recht nicht vorstellen eigentlich. Nun wissen Sie, dass im Meerwasser, wenn ein Meerwasser eingedampft wird, verschiedenste Minerale ausgefällt werden. Die geringste Löslichkeit und das erste Mineral, was ausgefällt wird, ist typischerweise Calciumcarbonat, das unter Umständen bei der Diagenese, das heißt bei der Veränderung zu einem Festgestein dann auch Magnesium aufnehmen kann, dazu sage ich später noch ein bisschen was, das heißt auch Dolomit ist hier im Zweifelsfall mit beteiligt, aber zunächst mal wird Calciumcarbonat ausgeschieden. Wenn Sie sich eine Wassersäule vorstellen von einem Kilometer Dicke, ein Kilometer Mächtigkeit, dann wird wie viel Calciumcarbonat ausgeschieden, was schätzen Sie? Wie viel Calciumcarbonat wird aus einem Kilometer Wassersäule ausgeschieden? Ein Millimeter, ein Zentimeter, ein Meter, 100 Meter, reine Schätzung. Carbonatgehalt liegt im Meerwasser bei, traut sich jemand eine Zahl zu nennen? 30 Meter, 2 Meter, 5 Zentimeter, nicht sehr viel. Also, es findet auch anorganische Carbonatbildung statt, es ging ja um Carbonate, das gibt es auch anorganisch, selbstverständlich spielt von dem Volumina nicht so eine große Rolle, wie die Biogencarbonate, insofern thematisiere ich das auch hier nicht groß, aber 5 Zentimeter sind dabei. Ja, dann wird Gips ausgefällt, beziehungsweise Anhydrit, das ist ja der Anhydrit, CHSO4, beim Gips kämen dann noch zwei H2O dazu, das wissen Sie auch. Das ist dann ungefähr ein halber Meter, 50 Zentimeter, also einiges an Gips, an Sulfat mehr gelöst, zehnmal so viel Sulfat gelöst in einem durchschnittlichen Meerwasser wie Carbonat. Erste Ausfällung, Carbonat, zweite Ausfällung, Gips, der sich dann später zu Anhydrit umwandelt, wenn das Wasser aus dem Kristallgitter wieder ausgeschieden wird. Ja, und dann wird Steinsalz abgelagert, NACL, kennen Sie vom Eindampfen eines Topfes und jetzt kommen wir in Größenordnung, wie ich das so nach Metern gerade gehört habe, sind so ungefähr 12,5, 12,4 Meter. Ist also schon einiges, was da abgelagert wird, wir haben ja Salzgehalte so um drei Prozent, läuft so ungefähr auf 12 Meter Wasser, auf 12 Meter Sedimentmächtigkeit raus. In einer vierten Phase und fünften Phase werden dann Edelsalze ausgeschieden und zwar zunächst die Kalium, Sulfate, da gibt es mehrere Minerale mit zum Teil komplizierten Formeln und Chloride. Sulfate und Chloride, somit ungefähr 40 Zentimeter. Das sind dann die dünnen Flöze, die Edelsalzflöze, an denen man besonders interessiert ist, sowie auch zum Schluss dann auch noch, wenn es so weit geht, Magnesiumsulfate und Chloride, zum Teil mit, wie gesagt, komplizierten Formeln und die sind beteiligt mit ungefähr 2,4 Metern. Das kann alles ausgefällt werden, Sie kommen in der Summe so auf etwa 16 Meter, knapp 16 Meter Gesamtsalzgehalt an Evaporiten und Sie haben damit auch die Ausscheidungsreihenfolge, die von den Löslichkeiten abhängt. Die mit der geringsten Löslichkeit, die werden eben erst zuletzt ausgefällt. Dieser Ausfällungszyklus ist im norddeutschen Zechstein siebenmal erfolgt. Wir haben siebenmal Beckeneindampfungen gehabt mit sehr mächtigen Bildungen, die bis zu siebenmal zur Bildung von diesen Edelsalzflözen geführt haben. Nicht in jedem Zyklus ist das so weit gegangen. Es kann natürlich auch Folgendes passieren, dass bevor diese Edelsalze ausgefällt werden, frisches Meerwasser zuströmt und dann kommen natürlich die Edelsalze nicht zur Ausbildung oder gebildete Edelsalze werden wieder aufgelöst. Zum Teil kann sogar das NHCL wieder aufgelöst haben. Also diese Abscheidungsreihenfolge in Salzbecken, auch bei uns im Zechstein oder in älteren und anderen Salzbecken, ist nicht immer vollständig abgelaufen. Aber im Prinzip diese vier oder fünf Schritte kann man in den meisten Abscheidungsfolgen sehen. Man spricht auch von Salinarzyklus. Sollte man mal als Begriff gehört haben, ich schreibe Ihnen das mal auf, das ist der Eindampfungszyklus von Meeresbecken, wenn Karbonate, Sulfate, Salze und so weiter gebildet werden. Zumindest ein modernes, rezentes Beispiel dafür will ich Ihnen geben. Es gibt, wie gesagt, einige wenige Stellen weltweit, wo das heute in Meeresrandbereichen geschieht, als Modelle für sehr viel größere Becken in der geologischen Vergangenheit. Und logisch ist, wenn man 1000 Meter Salz haben will oder nur 100 Meter, dann muss der Untergrund entsprechend absinken, dass Raum geschaffen wird, dass auch diese Salzmengen aufgenommen werden können. Das haben Sie ja als Stichwort Sedimentbecken an anderen Stellen auch schon gehört in dieser Vorlesung. Wir sind hier an der Nordwestküste Mexikos. Sie sehen hier angedeutet die Halbinsel von Niederkalifornien oder Baja California, wie das auf Spanisch heißt. Und da gibt es hier bei dieser kleinen Guerrero-Halbinsel, gibt es mehrere Buchten, die hier angedeutet sind. Hier wäre also der offene pazifische Ozean mit relativ kühlem Wasser, aber trotzdem, das Klima ist hier zumindest in den Sommermonaten ja sehr heiß. Es ist eine aride Zone. Es gibt kaum oder keine Gewässer vom Festland, die ins Meer münden. Das heißt, in diesen Buchten hier sind eigentlich günstige Voraussetzungen gegeben, dass sich Salz ausscheiden kann. Wir haben hier tatsächlich es mit erhöhtem Salz gehalten zu tun. Und hier im hinteren Bereich einer solchen Lagune ist ein Profil genommen worden von A nach A'. Das ist hier unten auch vergrößert, aber schematisch aufgezeichnet. Von links, hier aus der offenen Lagune, Ocho de Libre, zu Deutsch heißt das Hasenauge, wo es da gar keine Hasen gibt, aber irgendwas hat die Leute ursprünglich mal an einen Hasen erinnert. Ocho de Libre Lagune, so ist die bekannt. Hier strömt also relativ normales Meerwasser ein mit zunehmender Verflachung und zunehmender Verdunstung. Im hinteren Teil wird der Laugenanteil erhöht, also der Salzgehalt steigt an und dann kann man sehen in Annäherung ans Land, dass zunächst Calciumcarbonat ausgefällt wird, teilweise auch noch Biogen, auch Algen, kalkbindende Algen tragen dazu bei, später dann anorganisch. Es lagert sich dann zusammen Gips und Steinsalz ab, mit dem Mineralnamen Halit, wie Sie wissen, und je weiter man in das Landwärts geht, umso mehr relativ reines Steinsalz wird abgelagert. Wir haben also Bedingungen wie in einem Salzsee, wie man das auch vom Festland her kennt. Es gibt kleine Barrieren hier eingetragen, die diese Salzbildungsbecken von der offenen Lagune abhalten, also Bedingungen, wie sie auf dem ersten Bild, was ich Ihnen vom Ebro-Delta zeigte, hier dann nachgebildet, aber hier eben in natürlicher Weise vorhanden sind. So muss man sich im Prinzip auch in sehr großem Stil mit vielen Hunderttausenden von Quadratkilometern unser Zechsteinbecken vorstellen, dass das gesamte Nordseegebiet, ganz Norddeutschland und die Hälfte Polens eingenommen hat. Es geht bestimmt so um eine halbe Million Quadratkilometer geschätzt, die dieses Becken seiner Zeit eingenommen hat. Also wie gesagt, moderne Beispiele dafür gibt es auch, aber eben nicht in dem spektakulären Umfang. Ja, um Ihnen mal so einen Gipsgestein zu zeigen, Salz kennen Sie ja, vielfach sind die Salze auch sehr schön gebändert, rötliche, blaue, grünliche, gelbe Farben kommen vor, je nachdem, welche Ionen noch mit eingebaut werden. Typische Gipsschichten sehen aus wie auf diesem Bild und dann kann man auch diese merkwürdigen Wellen erkennen, die unsere Altvorderen an Eingeweide, gekrümmte Eingeweide erinnert haben, daher der Name Gekröse. Ich denke, viele von Ihnen werden den Begriff gar nicht kennen. Gekröse nennt man Eingeweide, ein anderes Wort für Eingeweide, erinnert also so an Darmschlingen ein wenig. Das hängt damit zusammen, dass hier Anhydritlagen sich mal gebildet haben, die später Wasser aufgenommen haben, sich also wieder zu Gips rückverwandelt haben und dadurch tritt ein Volumenproblem auf. Gips hat ja ein um 10 Prozent größeres Volumen oder 12 Prozent großes Volumen als Anhydrit und wenn es sich im Gestein abspielt, quillt das Gestein auf.